Und schön ist, wir sprechen die gleiche Sprache und kriegen halt immer das auf den Teller, was wir beide wollen. Ihr Grüßt euch, ich bin der Reich Klimen, bin Inhaber vom Reichlich Restaurant hier in Hamburg. Wir haben letztes Jahr Mitte Dezember eröffnet. Meine Funktion in diesem Restaurant ist hauptsächlich Gastgeber zu sein und alles andere, was halt so anfällt als Unternehmer. Ich bin Sophia Reich, ich bin die Schwester vom Inhaber und hier tätig als die Küchenchefin. Wir machen moderne, alpine Küche, was natürlich mit unserer Herkunft aus Tirol zu tun hat. Wir haben uns für den UNOX entschieden, weil es auf jeden Fall optisch ein schönes Gerät ist und für die offene Küche, das ein sehr wichtiger Punkt ist. Also unser Cheftop nimmt uns auf jeden Fall sehr viel Arbeit ab. Er hilft uns auch sehr stark dabei, dass wir nicht jegliche Arten, wie wir was backen im Kopf haben müssen, weil du einfach alles abspeichern kannst. Und im Gerät sagen kannst du, ich will es genau so haben, was absolut ein großer Vorteil ist. Ich hoffe, dass die Zukunft der Gastronomie darin liegt, dass alle auf Regionalität und Saizionalität achten und so quasi auch die Gastronomie und auch speziell der Gast kapiert, dass das ein wahnsinnig wichtiges Thema heutzutage ist. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!